Hallo meine Zuschauer und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Brawlhalla. Blinden ist jetzt gerade leider nicht dabei, wo ich es geschrieben habe, tut mir echt leid. Aber ist nun mal so, ne? Kann man ja nicht ändern. So, wir machen einfach mal ein klassisches Online-Spiel, um das mal reagieren würde. Ähm... Okay, merkwürdig, anfangen wir mal neu. Naja... Äh, also wir müssen mal auf Steam gehen. Meine Güte, wir müssen hier mal... ... und dann gehen wir mal hier... Hallo, warum das jetzt gerade ist. Äh... Ähm... Lustig wird mir nicht angezeigt, warte mal. ... 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 Willkommen in Brawlhalla online, Queen Kai, Jiro, Kaya! Oh, ich muss gegen Nix. Oh, Nix. Äh. Bester Name. Nix. Worum's geht's? Nein! Es geht nicht. Wann komm her? Nee, 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 nicht mehr. Warum? Mein Gott! Du darfst doch reingelte. Oh, warte jetzt. Warte jetzt. Warte jetzt. Der ist total! Eigentlich... Nein? Ja, gut. Ich weiß nicht, aber... Es wird gewaltig auf den Sack. Oh, oh Gott! What the heck? Alter! Alter! Stop! Ja, komm, ich tick doch eigentlich... Nein, meine würde immer werden. What the fuck? Ja, ist klar. Ist klar! So, er ist weg. Ja. Ich nicht. Nein! Was ist das? So, jetzt meine letzte Person gegen seine... Nein! Nein! Alter! Wäre das jetzt mal im Augenblick gewesen, ne? Das wäre jetzt mal auf gewesen. Der Bogen ist eigentlich... Gut. Nein! Oh Gott, ich dachte gerade... Ich muss ihn.... Ich muss ihn... Wir müssen... nachher ich nicht klappen lassen. Einschlagen, ich bin... Tooooh... Ich will jetzt noch einschlagen. Nein... Nein! Spend. Player 2 wins! Na ja, das ist ein Kultus-Game, ne? Na, 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 jetzt ne, ja, komm Queen Kai! Kaija! Vodvar, gut! Na, die sind... Oh, na, nie schelte ihn! Oh, dieente bis zu werden? uh, brauch ich nicht, Buch ich hasse ich Junge Alter Alter Ich hab's wirklich getroffen Ich hab' nicht zu lange aufladen Ja genau passiert das Ja genau Ja Ja alter Meine Ist klar Ja der steht nicht Nö inte weist du Ja immer noch nicht alter Ist klar ich mein Ich habe schon ein bisschen gearbeitet, was heißt? Insights? Aua! Ich muss nur ausheuern, dass ich einen Atten kriege! Fassi! Nein! 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 Oh mein eigen dummer Eich! Oh fuck! Das war wirklich meine eigene dummheit gerade! Wir gehen den Null! Ah, der steht da oben! Gegen den, dann gegen die Riche auch am und gegen... ...Eich geht! Oh! 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 was ist das? dass ich mich? ja easy Obwohl diese Runde sollte hoffentlich mal jetzt an mich gehen. Ich kriege so, ich kriege weniger IP als wenn ich verliere. Wow ist das so großartig. Los gehts. Ich mache das Spiel. 2, 1. Oh das war ein Knack. Okay, gut. Also Brawl ist sowas bekämpft oder was? Ja, warum springen die Wände heute alle nach unten? Ne, das ist doch alles. Oh ne, dann hol ich den nochmal raus. Ich kenne deinen Artikel. Alter. Ja ok, das ist der Ende. Geht's nicht Und der letzte Ich finde die gar nicht so schnell, äh, das geht's doch. So, was ist denn hier im Bogen? Uuund. Tschüss. Easy Winning. Jo, dann werde ich sagen, wir haben hier wieder eine weitere Folge. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Macht's gut und schau, eure Weltgamer.